Moin moin miteinander und herzlich willkommen zurück zu Dragon's Dogma. Ja, nach unserem heroischen Kampf gegen die Chimäre letztes Mal, bin ich gespannt, was uns heute erwartet. Wir werden einfach mal hier diesen Weg weiter entlang gehen. Naja, dann gucken wir mal, was so kommt, ne? Ist ja eine Erkundungstour jetzt erstmal. So gesehen. Okay, wir können hier nach vorne gehen. Wo war uns das? Glaube ich nicht, wo es nichts bringt, weil da waren wir schon mal. Ja, okay. Da hinten sind bereits irgendwelche Schneewölfe. Und Harpien. So, mal gucken. Ich teste mal hier Lux auf. So, kann nicht mehr. Jetzt müsst ihr. Au! Im Saum. Ja, genau. Ja! So, haben wir es. Noch ein bisschen. So. Hier, äh, Schattenwolfspelz, bitte, irgendjemand mitnehmen. Was ist das? Genau. So ist nett. Hier ist auch noch ein Wolfspelz, bitte, irgendjemand mitnehmen. Dieses Kühl ist ein langer Krieg von Icacidus' Krieg, keine Ahnung. Da, Master! Dier-Wulfe! Schau für ihre Lunges! So, hier liegt, äh, Pelz. Irgendjemand? Pelz mitnehmen? Wir wollen nicht. Hier ist mehr Bloodthirsty. Ja, das wollte ich gar nicht. Wie sieht's aus mit Inventar? ich bin noch bei Mittel. Mittel ist okay. Ich bin eigentlich nicht so wirklich zufrieden mit Mittel. Ich hätte gerne so leicht. Aber scheinbar scheinbar bin ich ein Schwächling. Und die Rüstung biegt einfach wohl sehr viel. Kann ich nichts gegen ändern. Kann ich nicht ändern im Moment. Was habe ich hier? Kleines Wahrscheinlich ein Überfall. Was habe ich hier? Leere Flasche. Das Grüne an diesem Baum hat mich so ein bisschen verwirrt. Ich dachte, vielleicht ist das irgendwas. Hier ist was zu mitnehmen. Hier Sonnenglanz. Werden wir den Sonnenglanz mit? Keiner? Keiner? Wandel mich nicht. Hey, hallo, Reh. Was? Was war das denn? Tut mir leid, wir müssen auch essen. Ja, das war jetzt fies, aber das Ding hat uns angerempelt. Vielleicht haben wir es auch angerempelt, okay. Ich weiß es nicht genau. Oh, ein Apfel. Wer hat mich denn einen Apfel? Keiner? So, was ist da mit da? Ist das... Ist das wieder so eine Heilquelle? Jasperbüttchen. Die kannte ich noch nicht. Okay, irgendwas kunst hier. Ein Schweinchen. Das wäre ja klasse, eine weitere Heilquelle. Ja, oh, das tut gut. Merkwürdigerweise wird man nicht nass in der Heilquelle. Irgendwas sammelt ihr da, ne? Was sammelt ihr da? Achso, Fische. Okay, Heilquelle. Das ist interessant. Ist sogar eingezeichnet. Sonst, äh... Ich hätte es mir irgendwie merken müssen. Aber Heilquelle ist doch gut. Heilquelle gefällt mir. Kann jetzt auch gerne noch eine Chimere kommen. Die Höhen von Deus. Was denn ist Massive? Was ist denn riesig? Rens is called... Nehmt ihr das mal mit? Habt ihr das auch gehört? Das Stampfen? Irgendwas hat hier gestampft. Ich hab hier ein Stampfen gehört. Hier ist ein Weg. Wollen wir dem Weg folgen ein bisschen? Ich find ja. Ja. Wo denn? Ach da. Genau neben uns. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Ich bin nicht weg! Joko, immer schön auf den Helden! Ich hoffe, dein Schmerz wird nicht gestopft! Das ist ein Schmerz! Der Helm bringt den anderen Arm! Ich werde nicht mehr aussteigen. So! Weiter geht's! Das Helm ist nicht weg! Ah, Mist! Oh nein! Wir sind weg! Aber wie ist das ein besonderer? Psycho, denn der andere hatte keinen Helm, der hat jetzt ein Helm. Ich bin wieder voll mit irgendwelchen Materialien. Ja, komm. Wobei wir ja eigentlich bei der Heidequelle gerade sind, äh, um Ausdauer wieder herzustellen. Großer, schmackhafter Hüls. Ja, Ausdauer ist zurzeit bei mir echt, äh, echt so ne Sache, ne? Ich hab noch zwei Pilze für Ausdauer. Hab ich sonst nix? Na, hat Knäuel nicht. Hier ist unsere Chance! General, riech die Schmerzen! Au, die Erfüllung ist in Ordnung. Die Hilfe schützt die Augen! Die Frage ist, wie kriegt man denn den Helm ab? Die sagen ja immer hier, ja, der Helm geschützt. Vielleicht beim Schwimmerland. Die Beton! Die Schmerzen ist in Ordnung. Das Armored ist Renz! Let'wischen den Helm ab. Ich kann nicht mehr die Gorma! Der Helm ist gut! Wir haben diesen Helm! Es ist unsere Chance! Was? Nöller Schlag! Du hast es geschafft! Und da wieder Daumen! Hm, was ist das? Ich nehme das! Wenn du deinen Weg verlierst, dann kannst du dein Herz aufhören. So, lass mal alle schnell zur Quelle laufen. Guck mal! Dann nehmen wir noch das hier mit. Für viel der Zeit, warum nicht? Ah, Jasper bitte! Mitnehmen! Keine Ahnung, wofür die Wute ist, aber... Werde es schon heraus! So, hier ruhen wir uns schön aus! Hier ist toll! Hier ist schön! Und... Jetzt gehe ich mal ins Inventar! Und erstmal das ganze Material, ne? So ein großer Reißzahn übergeben! Ja! Ähm... Sonnenglanz! Jaspermüte! Grober Knochen! Ja, Mensch! Letztes Mal hier so eine Chimäre, diesmal... vom gepanzerter... Zyklo? Ich würde sagen, es läuft! Es läuft für uns! Was nicht läuft, ist, dass es Nacht ist und wir nichts mehr sehen. Und wir nichts mehr sehen. Und wir nichts mehr sehen. Jetzt ist natürlich die Frage, hm... Gehen wir in der Nacht weiter? Oder warten wir auf den Morgen? Ich wäre ja eigentlich dafür, auf den Morgen zu warten... Weil man da einfach mehr sieht, ne? Ja... Erkundungen im Dunkeln sind zwar... Vielleicht ganz interessant, ganz witzig, aber... Ich sag mal, ich... Ich will ja auch was sehen von der Gegend. Und ihr sicherlich auch. Ich möchte jetzt aber auch nicht nach hier... Grand Soren zurück. Was sagt eigentlich das Inventar der ganzen Leute? Gibt's hier irgendwo... Neue tolle Sachen? Weißer Likör! Süß! Und ganze Früchte enthalten! Und... Drückt dieser Likör... Besänftigend auf die Sinne. Wiestig... Äh... Beträchtliches Maß an Ausdauer. Rian... Ist es nicht zu schnell auf? Bitte. Was haben wir hier? Okay. Kuriose Mähne. Kuriose Mähne. Haare vom Nacken einer Chimäre abgeschoren. Werden zur Herstellung von Waffen und Rüstungen verwendet. Schön. Kuriose Schuppe. Oh. Könnten wir vorstellen, dass wir das gut nutzen können? So. Was haben wir hier? Fouliges Biestig. Da dreht sich einem der Magen um. Ja. Jetzt erst mal gegessen. Hm. 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 Juwel der Zeit. Eine magische Gämmel. In ihrer Kraft kann man Erlarmung hervorrufen. Hm. Na, wie dem auch sei. Gut. Ich würde sagen, ich warte hier jetzt einfach ein paar Minütchen. Ein paar kleine Minütchen. Und zwar darauf, dass die Nacht vorüber geht und im Morgengrauen werden wir uns weiter auf den Weg machen. Also ich werde jetzt nicht nach Grand Sauron gehen. Es wird direkt hier weiter gehen. Ich warte jetzt einfach nur ein paar Minuten, bis es einen Tick heller wird. Jo. Okay. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis gleich.